Guten Morgen, Servus. Es ist jetzt Samstag in der Früh um 9 Uhr und wir haben uns schon mal auf den Weg gemacht nach Minka zur Glockenbach-Werkstatt. Genau, heute auf die Nacht Livestream aus der Glockenberg-Werkstatt in München um 7 Uhr auf die Nacht. Wir sehen uns. Tschö, tschö, tschö.